Musik Ich begrüße die, die da sind, recht herzlich. Es gibt einen Spruch und das ist die reine Wahrheit. Eine Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, wie sie mit den Schwächsten in dieser Gesellschaft umgeht. Und wenn man das sieht, dann kann ich nur sagen, gute Nacht Österreich. Mehr fällt mir dazu im Moment wirklich nicht ein. Ich habe mein Recht, auf mein Äußerung in Anspruch zu werden. Ich glaube, es ist dann eine Demokratie, das ist ja immer so gepredigt wird. Vielen lieben Dank, dass ihr so mutig wart und eure Kinder aus den Schulen abgemeldet habt. Großen Applaus! Und ich weiß, dass ganz viele Eltern extremst verzweifelt sind, weil es eine große, große Herausforderung ist. Aber ich bitte euch um eines. Bleibt standhaft. Denn es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und dieser Spruch, den ich heute etwas aufgeben, geht es nicht so weiter. Mutter, erinnst du dich? Du hast mir mal gesagt, meine ganze Kindheit lang hast du mir gesagt, wenn alle dasselbe tun, macht da nicht mit. Und vielleicht, um es nicht ganz so scharf zu formulieren, würde man sagen, wenn alle dasselbe tun, sei wachsam. Wenn alle dasselbe tun, stelle es zumindest einmal in Frage und überleg dir, ob es auch wirklich das Richtige ist. Ja, steht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, danke fürs Kommen. Und ich hoffe, das Theater ist bald für uns alle vorbei. Danke. 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 Danke.